Muss man vor Adhan, Bismillah, sagen und Wudu'ah haben und sich zu Qibla richten? Nein. Alles nein. Muss nicht. Du musst nicht. Du kannst Wudu'ah haben, das ist besser. Du kannst die Qibla-Richtung nehmen, das ist besser. Bismillah, ob du das sagst. Allgemein kann man vor jede Sache Bismillah sagen, aber es gibt keinen Beweis, dass man vor Adhan, Bismillah sagt. Allah Ta'ala, A'la.